Heute nehme ich euch mal mit auf die Entwicklung eines Weizenbrotes für Einsteiger. Ihr wart sicher alle schon auf Social Media und auf YouTube unterwegs und habt festgestellt, dass diese ganz offenporigen Weizenbrote total im Trend sind, sind ja auch sehr sehr ästhetisch, sehen super aus. Das ganze kommt aus den USA, nennt sich San Francisco Sourdough und ich bin der Meinung, dass das einfach viel zu schwierig ist für einen Einsteiger und zumal die deutschen Mehle dafür relativ schlecht geeignet sind. Wenn man jetzt mit dem Sauerteigbacken anfängt und will gleich so ein Rezept ausprobieren, dann hat man eine gute Chance, dass man scheitert und deswegen denke ich, es braucht noch so ein Übergangsrezept quasi, wo man ein bisschen das Gefühl für den Teig entwickelt, ein Gefühl für die Fermentation entwickelt und dann kann man sich ein bisschen sukzessive an das Thema rantasten. Normalerweise bin ich gar nicht so ein großer Fan davon, mit Weizenbroten anzufangen, weil ich finde, dass Roggenmischbrote viel einfacher umzusetzen sind. Die sind auch einen Ticken gesünder, die machen länger satt und so weiter. Mag ich persönlich lieber, aber ich verstehe natürlich, dass die Weizenbrote eben hoch im Kurs sind. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut sich gerne mal das Video vom Fladenbrot an, das kann ich mal hier verlinken. Es ist wirklich einfacher geht es nicht. Ich finde, es ist ein super Rezept. Ich esse es gerne, aber Fladenbrot ist offenbar nicht so beliebt. Also machen wir ein richtiges Brot, aber möglichst einfach. So und jetzt hier mal so, was ich mir vorgestellt habe für ein Einsteigerrezept. Wie gesagt, es ist nur eine Rezeptentwicklung. Lass mich also sehr gerne wissen, was du davon hältst, ob du einen anderen Vorschlag hast. Das werde ich sehr gerne berücksichtigen. Also zunächst mal habe ich mir gedacht, wir brauchen eine große Menge Sauerteig. Denn bei Weizenbroten ist es sehr wichtig, dass das Anstellgut einen richtigen Reifezustand hat. Ist das Anstellgut zu überreif, bringen wir zu viel Säure ein und das Teiggerüst wird zerstört, bevor es sich genug aufblähen kann. Der zweite Punkt ist, wenn man so eine große Menge Anstellgut hat, dann geht das Ganze auch ein bisschen schneller. Das heißt, wenn man es mal eilig hat, eilig mit Sauerteig ist immer so eine Sache, aber wenn man mal relativ schnell ein Weizenbrot backen will, dann braucht man eben eine große Menge Sauerteig, damit das Ganze auch funktioniert. Und da haben wir noch eine gewisse Lücke im Portfolio, dachte ich also, warum nicht? Dann ist so ein Thema natürlich Temperatur, das gerade für Einsteiger super wichtig zu verstehen ist. Ein warmer Teig geht viel, 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 viel schneller als ein kalter Teig. Und deswegen werde ich bei dem Rezept es so realisieren, dass das Rezept einmal über Nacht gehen kann mit einem kalt angesetzten Teig und einmal in sehr kurzer Zeit gehen kann mit einem warm angesetzten Teig. Aber die gleiche Zusammensetzung, da habe ich mir so gedacht, 20 Prozent Sauerteig sind eigentlich dafür so die obere Grenze, wo ich mich noch gut mitfühle. Wenn du noch mehr Sauerteig nimmst, dann kommst du eben sehr, sehr schnell in diese Situation, dass der Teig überreif wird, dass das Glutengerüst wieder abgebaut wird und das Ganze wieder in sich zusammenfällt. 20 Prozent Versäuerung, das bedeutet 40 Prozent Sauerteig. Also bei einem normalen Sauerteig, der aus 1 zu 1 Mehl und Wasser besteht, man sagt auch Teigausbeute oder TA 200. Ganz wichtig ist mir natürlich, dass das Rezept möglichst einfach ist. Das heißt, wir werden keinen großen Knetvorgang haben, müssen aber ein bisschen Teigstabilität schon reinbringen, sonst kommen wir wieder beim Fladenbrotrezept raus. Da machen wir unseren Super Stretch, der sich super bewährt hat. Das finde ich eine klasse Sache. Kann man auch als Technik an ganz vielen anderen Stellen anwenden. Ansonsten keine Hefe und eine relativ geringe Menge Wasser. Das heißt, man soll jedes Mehl verwenden können. Ich persönlich bin ja ein großer Fan von Biomehlen. Biomehle sind aber tendenziell nicht so in der Lage, eine hohe Hydration auszuhalten. Da zeige ich an anderer Stelle gern nochmal, wie man rausfindet, wie viel Wasser so ein Mehl eigentlich halten kann. Aber ich nehme hier ganz gerne so ganz normale Biomehle vom Supermarkt. Ich habe jetzt hier eins vom DM, das mag ich ganz gern und in dem Fall verwende ich ein 1050er Mehl, weil die ganz hellen Mehle so ein 550er Mehl oder sogar ein 405er Mehl schmeckt mir nicht so. Ja, ich mache mich nicht so satt und deswegen mag ich es einfach nicht so gerne. Von dem Grubenbild her soll es eher feinporig sein. Das wäre jetzt also so ein Ergebnis, wie ich jetzt mal sagen würde, sehr, sehr feinporig. Das hat natürlich den Vorteil, dass es sich sehr gut zum Veraufstrich ereignet und ich würde sagen, auch einem Toastbrot relativ nahe kommt. Das Brot ist also relativ fluffig. Das lässt sich hier ganz krass komprimieren und springt wieder auf. Was ich auch sehr cool finde, aber noch nicht in einem Rezept umgesetzt hatte bis jetzt, ist so eine glänzende Oberfläche, wie jetzt hier. Das erreicht man dadurch, dass der Teig abgesprüht wird nach dem Backen und hat auch hier so eine rissige Oberfläche, wie man es vielleicht von guten Baguettes kennt. Das geht damit einher. Das finde ich eigentlich optisch auch ganz schön. Ja, das waren so ungefähr grob meine Vorgaben, wo ich gesagt habe, in dem Rahmen will ich ein Rezept machen. Also wie gesagt, wenn du das anders siehst, lass es mich gerne wissen. Heute will ich auf jeden Fall mal testen, was passiert, wenn man bei so einem Weizenbrot die Stockgare weglässt. Normalerweise ist es ja so, dass man in der Stockgare den Teig erstmal gehen lässt, bis er sich verdoppelt hat oder zumindest mal um 50 Prozent zugenommen hat und das lassen wir heute mal komplett weg. Ja, nicht so ganz komplett, weil ich zumindest mal den Teig kurz ruhen lassen muss, damit er eine ordentliche Teigstärke aufbaut, damit wir dann unseren Superstretch machen können. Ja, so 20 Minuten Rast braucht der Teig eben doch, aber normalerweise dauert so eine Stockgare eben viele, viele Stunden. Bei dem Brot jetzt hier im Speziellen bin ich gerade dabei, die Timings rauszufinden. Das heißt, wann genau muss das Brot in den Ofen? Bei welcher Temperatur kann man sich wie lange Zeit lassen? Und bei dem Experiment hier sieht man ganz klar, so heftig wie das aufgerissen ist, hätte das noch ein bisschen länger fermentieren müssen. Und jetzt möchte ich dir zeigen, wie die erste Iteration gelaufen ist und was natürlich auch wieder mal schief gegangen ist. So muss ein richtig reifes Anstellgut aussehen. Richtig schön luftig und wie Wackelpudding. So und los geht's mit dem Sauerteig. Ich habe hier 200 Gramm jetzt im Rezept, was natürlich eine ganze Menge ist. Aber ich denke, so ist es am einfachsten abzumessen und ist es auch am einfachsten, einen reifen Sauerteig zu produzieren. Und man sieht es auch am besten. Ich denke, für Anfänger ist das auf jeden Fall die einfachere Variante. So, ich nehme jetzt hier ein warmes Wasser, damit die ganze Geschichte ein bisschen schneller geht. Insgesamt will ich auf eine Hydration von 60 kommen. 60 Prozent. Also nochmal 200 Gramm Wasser. Und 400 Gramm Mehl. So, jetzt haue ich das einmal durch die Knetmaschine und dann kann's gehen. Und so sieht das Ganze fertig geknetet aus. Ich denke, man sieht, dass es nicht ausgeknetet ist. Das war auch nicht das Ziel. Also wenn ich jetzt hier versuche, einen Fenstertest zu machen, das zerreißt mir natürlich sofort. Von der Konsistenz her würde ich sagen, ist das schon ein bisschen klebrig. Aber noch was, was ich einem Anfänger mit der Hand zutrauen würde. Man könnte jetzt überlegen natürlich, das noch vom Wasser her zu reduzieren. Ich wollte jetzt aber mal bei 60 Prozent anfangen. Und das lassen wir jetzt kurz stehen, bis der Teig von alleine ein bisschen Struktur aufgebaut hat. So, eine halbe Stunde ist jetzt rum. Und das Interessante ist eben, dass sich in der halben Stunde die Haptik des Teiges schon erheblich verändert hat. Man sieht, der ist jetzt lange nicht mehr so klebrig wie vorher. Also wenn man so möchte, hatten wir jetzt eine halbe Stunde Stockgare, in der der Teig jetzt ein bisschen rasten konnte. Aber ich will jetzt mal wissen, was passiert, wenn man den Teig direkt formt und eben in die Stückgare gibt und diese dann eben so lange verlängert, bis der Teig komplett reif ist. Meine Vermutung ist, dass wir dann eben ein ganz feinporiges Brot bekommen, was tendenziell ein bisschen breit läuft. Weil natürlich der letzte Zeitpunkt, ab dem der Teig dann eine Steifigkeit bekommen hat, eine Festigkeit bekommen hat, dann schon zu lange her ist. Naja, probieren wir es aus. So, ich mache jetzt hier unseren Super Stretch, weil ich einfach dem Teig möglichst viel Stabilität mitgeben will. Und ich ehrlich gesagt auch noch nie einen Super Stretch mit einem 60%igen Teig gemacht habe. Normalerweise haben wir immer so eher 64, 68, 70% Hydration. Und man merkt jetzt schon, der Teig ist durch die geringere Hydration ein bisschen störriger auf jeden Fall. Ich gehe auch schwer davon aus, dass er jetzt reißen wird gleich. Aber ich gebe mir Mühe, dass es nicht passiert. Ja, hier wird es eng. Aber man merkt, es passiert relativ schnell, dass kleine oder größere Bereiche sehr dünn werden und andere Bereiche ganz dick bleiben. Das ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn der Teig feuchter ist. Dann, sag ich jetzt mal, will er eher dorthin fließen, wo man ihn haben will. Aber ist nicht schlimm. Nur unschön. So, und die Idee ist jetzt eben, den Teig gleich so auch zu formen. Das heißt, ich klappe den hier so ein bisschen zusammen. Dann rolle ich ihn jetzt hier einfach. Mit der Vorstellung, dass ja die Teighaut jetzt in der Richtung die Stabilität aufgebaut hat. Also wenn ich den jetzt aufpumpen würde, dann würde er eben radial wachsen. Ich versuche jetzt mal hier noch ein bisschen Spannung drauf zu bringen. Aber das geht natürlich noch nicht so super. Die Enden klebe ich hier so ein bisschen runter. Ich versuche die jetzt über die Reibung zu verkleben, muss man ja eigentlich sagen. So. Jetzt mehle ich das Ding noch ein bisschen ein. Ich habe hier übrigens nur 500 Gramm Gesamtmehlmenge. So. Und jetzt will ich den hier so ein bisschen gegen austrocknen schützen. Der ist ja schon ein sehr trockener Teig. Und deswegen mache ich hier so eine Duschhaube drüber. Das klappt eigentlich ganz gut. Es gibt Leute, die bauen jetzt hier noch ein Gestell rein. Aber ich lasse das einfach, weil der Teig ist eh so trocken, dass er nicht festkleben wird. Und so wird er auf jeden Fall weniger austrocknen. Ich stelle den jetzt in meinen Ofen zusammen mit einer Schale warmen Wasser. Dass er die Temperatur ein bisschen hält. Ich will eben, dass der Teig jetzt möglichst schnell eigentlich an Volumen gewinnt und somit auch möglichst mild bleibt. Schauen wir mal. Ja gut, okay, vielleicht ist es doch ein bisschen mehr aufgegangen als ich dachte und eventuell doch festgeklebt. Probieren wir es mal mit Schwung. Naja, naja, nicht ganz optimal. Aber wir backen es trotzdem und schauen mal, wie es geht. Ich habe jetzt halt einfach die Stockgare und Stückgare zusammengerechnet und nur die halbe Stunde Autolysezeit abgezogen. Aber das hier sieht mir ziemlich überreif aus. Da hätte ich eher backen müssen. Ja, so sieht das Endergebnis aus. Und ich würde sagen, das ist ganz in Ordnung. Man sieht natürlich hier die Löcher am Boden, die von der Überfermentation kommen. Und ich habe es eben auch ganz bewusst nicht eingeschnitten, weil mir schon klar war, dass es an der Grenze ist und es nur noch breiter laufen würde, wenn ich es einschneiden würde. Insofern finde ich, ist das Ergebnis eigentlich ganz okay. Es hat auch einen gewissen Crunch entwickelt. Und ja, sobald es ausgekühlt ist, werde ich das mal anschneiden. Ja, so ganz optimal ist das nicht. Vor allen Dingen ist es mir viel zu krümelig. Das kann aber auch gut an der Überfermentation liegen. Der Aufwand ist allerdings schon sehr, sehr niedrig und dafür ist das Ergebnis eigentlich ganz okay. Und ich habe das ganze Ding nochmal gebacken, weil ich es dann doch nicht auf mir sitzen lassen konnte. Und das sieht, denke ich, schon besser aus. Es ist schön fluffig und es sieht eigentlich auch außen recht gut aus. Dadurch, dass ich es nach dem Backen nochmal abgesprüht habe mit Wasser, bekommt es diesen Glanz und beim Trocknen dann eben auch diese rissige Oberfläche. Bist du zufrieden? Geht schon. So, ich hoffe, das Brot kommt auch bei dir auf die Bucket List. Lass mich gerne wissen, was du darüber denkst, was du anders machen würdest und viel Spaß dabei.